Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Van-Ausbau-Video von mir. Ihr seht schon, hier drin hat sich einiges verändert, seit ich euch das letzte Mal auf YouTube hier ein bisschen was gezeigt habe. Ich weiß gar nicht, was mein letztes Ausbau-Video an sich war, denn die letzten beiden Videos gingen um das Thema Elektrik. Da habe ich euch einmal einen allgemeinen Überblick gegeben in einem sehr langen Video, das war glaube ich eineinhalb Stunden lang. Das ging rund um das Thema 12 Volt im Camper und eigentlich alles, was man dabei beachten muss. Sicherungen, Schalter, Kabel, wie man LED-Spots anschließt, alles mögliche. Ich habe da ein sehr, sehr ausführliches Video gemacht, aber ich denke, es ist ein sehr, sehr guter Einstieg. Ich habe da auch schon sehr viel positives Feedback jetzt bekommen, was mich sehr freut und ja, vielen Leuten hilft das Video sehr. Deswegen, wenn ihr mit dem Thema Elektrik generell noch nicht so, ja, ach komm, Alter. Das heißt, wenn ihr mit dem Thema Elektrik bis jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte hattet oder einfach noch am Anfang eurer Informationsphase seid, sage ich mal, dann schaut euch sehr gerne dieses Video mal an. Das wird euch hoffentlich auch weiterhelfen. Und auch im heutigen Video geht es nicht um die Änderungen hier, dass zum Beispiel inzwischen die Hängeschränke weiß gestrichen sind und auch Griffe dran haben. Die Hängeschränke sind jetzt komplett fertig. Hier ist auch schon eine Trennwand drin zur Heckgarage hinten und ich habe schon so gut wie alles weiß gestrichen. Auch die Wandverkleidungen sind fast fertig. Also hier hat sich echt einiges getan. Eigentlich sieht der Van jetzt aus, als wäre er fertig. Aber dazu kommt demnächst dann auch wieder ein Video. Ich wollte jetzt nur erst diese Elektrik-Serie fortführen. Und die ganzen Sachen, die ich hier nebenbei so mache, die filme ich natürlich auch alle mit. Und da kommt dann bald nochmal ein Video mit den ganzen Kleinigkeiten, die ich halt noch gemacht habe. Ich habe ja zu allen Sachen sehr ausführliche Videos gemacht. Also falls ihr neu hier seid, schaut gerne mal hier oben vorbei. Da ist nämlich die Playlist verlinkt, wo ihr alle Videos zum aktuellen Van-Ausbau findet. Aber wie gesagt, heute soll es noch einmal um das Thema Elektrik gehen. Nach diesem Video kommt sogar noch ein Elektrik-Video, wobei das erst verzögert kommen wird. Also dazwischen seht ihr bestimmt nochmal die weiteren Fortschritte hier am Van. Im heutigen Video widmen wir uns dem Thema 230 Volt im Camper. Ich habe ja schon gesagt, eigentlich hat man hier drin 12 Volt. Das ist halt das, was die Batterie an Spannung hergibt. Und wenn man 230 Volt haben möchte, sodass man einfach normale Haushaltsgeräte auch anstecken kann, ohne dass man da spezielle Adapter oder spezielle Ladekabel oder so für benötigt, dann braucht man 230 Volt. Und dafür muss man natürlich irgendwie seine 12 Volt aus der Batterie umwandeln in 230 Volt. Und da kommt das Thema Wechselrichter ins Spiel. Ein Wechselrichter ist im Prinzip einfach ein Gerät, das eben eure Spannung von 12 Volt auf 230 Volt umwandelt. Und dann habt ihr direkt an diesem Gerät ganz normale 230 Volt Steckdosen, wo ihr dann theoretisch jedes 230 Volt Gerät anstecken könnt, aber mit einem Limit meistens von der Leistung. Also ihr könnt jetzt nicht unbedingt euer Elektroauto an einem Wechselrichter laden. Geht vielleicht mit manchen von der Leistung auch, aber spätestens bei der Batteriekapazität hört es dann doch auf, weil da könnt ihr wahrscheinlich dann 10 Minuten lang euer Elektroauto laden und dann war es das aber auch wieder. Aber ich denke, mein Elektroauto laden ist jetzt auch nicht der häufigste Anwendungszweck, was man mit 230 Volt im Camper macht. Nichtsdestotrotz gibt es ja einige Geräte, wie zum Beispiel ein Föhn, ein Glätteisen, ja, die Dinge, die Männer halt so brauchen, gell? Nee, aber da gibt es halt schon einige Geräte, die man vielleicht doch mal an eine normale Steckdose anschließen möchte. Und deswegen beschäftigen wir uns in dem heutigen Video ausführlich mit dem Thema 230 Volt im Camper. Wie schon gesagt, das eine ist der Wechselrichter, der wird quasi an die Batterie angeschlossen und wandelt dann eure 12 Volt in 230 Volt um. Dazu kommen wir aber erst später, denn wir fangen erstmal mit einem anderen Thema an, und zwar ist das der Landstromanschluss. Das bedeutet... Uno momento. Ich habe hier dieses schöne Teil, und das ist der Landstromanschluss, auch genannt CEE-Stecker. Findet ihr natürlich, wie immer, wie all meine Produkte, auch in meinem Amazon-Shop, den ihr in der Beschreibung findet. Das ist letztendlich der Stecker, den ihr von außen in die Karosserie vom Auto einsetzt. Und wenn ich das öffne, sofern ich das schaffe, dann seht ihr es, da ist dann hier dieser CEE-Anschluss. Und das ist eben quasi der genormte Campinganschluss. Also da könnt ihr auf Campingplätzen dann den Strom anstecken, und dann habt ihr hier drinnen Strom. Es gibt da auch wieder Adapterkabel, dass ihr quasi diesen CEE-Stecker hier reinstecken könnt, und das Kabel dann aber in eine normale Haushaltssteckdose geht, sodass ihr theoretisch auch durch ein Küchenfenster oder so ein Kabel rauslegen könnt, und damit hier drinnen auch die 230 Volt habt. Und dann ist es so, dass ihr diese 230 Volt einmal direkt im Camper nutzen könnt, und ihr könnt damit natürlich auch eure Batterie nachladen. Das heißt, dieser Landstromanschluss, CEE-Stecker, ist ja auch einfach eine Möglichkeit, um seine Batterie nachzuladen. Vor allem dann interessant, wenn man sagt, man möchte kein Solar aufs Dach machen, aus welchem Grund auch immer, oder man möchte keinen Ladebooster. Oder ja, okay, es macht vor allem dann Sinn, das ist natürlich der Hauptanwendungsfall, wenn man sagt, man möchte sowieso quasi fast nur auf Campingplätzen stehen, weil man sich da auch am sichersten fühlt, und weil das ja auch im Endeffekt die einzig legale Variante ist, zu reisen. Weil in den meisten Ländern ist ja doch Wildcampen eigentlich nicht offiziell erlaubt. Es wird zwar so gut wie überall geduldet, aber auf Campingplätzen ist halt, glaube ich, gerade für ältere Leute oft die entspanntere Variante. Und da ist eben dieser Landstromstecker sehr, sehr spannend, weil man dann einfach unbegrenzt Strom hat, auch wenn die Campingplätze da teilweise richtig zu langen. Das kann schon ziemlich teuer sein, dass man dann den Strom über den Landstromstecker bekommt. Hier in meinem Camper wird dieses Teil im Endeffekt eher als Backup eingebaut. Ich habe ja hier auf dem Dach 570 Watt Solar. Auch zum Thema Solar habe ich schon ein sehr, sehr ausführliches Video gemacht. Das findet ihr auch auf meinem Kanal. Das war der letzte Upload vor diesem Video. Das heißt, mit diesem 570 Watt Solar sollte ich eigentlich nicht oft Probleme bekommen, was den Strom angeht. Ich werde zusätzlich auch noch einen Ladebooster einbauen, das ich auch bei der Fahrt laden kann. Dazu kommt dann als nächstes noch ein Video. Ja, und das hier ist einfach dann die dritte Möglichkeit, wie ich im Camper an Strom kommen kann. Dann, angenommen, ich bin im Winter in Norwegen unterwegs. Solar geht einfach gar nichts, weil es komplett kalt ist und die Sonne fast nicht scheint. Also die Kälte ist egal, aber weil die Sonne einfach fast nicht scheint oder extrem tief steht oder so. Und außerdem fahre ich extrem wenig, weil ich einfach an einem wunderschönen Platz bin und da möchte ich unbedingt zwei Wochen lang bleiben. In dem Fall habe ich natürlich dann keinen Strom. Und dann muss ich halt doch jeden zweiten, dritten Tag mal auf den Campingplatz. Dann habe ich meinen Landstromstecker, kann mich da von außen anstecken und kann damit meine Batterie nachladen und auch einfach mal entspannt am Laptop arbeiten und so, weil ich einfach dann unbegrenzt Strom habe. Ja, nicht so. Es ist unbegrenzt in dem Moment, wo man angesteckt ist. Da geht der Strom natürlich nicht aus. Und genau, das ist vor allem für mich auch wichtig, weil ich den Camper ja nicht nur als Reisefahrzeug nutzen möchte, sondern auch zum Arbeiten und spätestens dann ist man ab und zu einfach auf eine dauerhafte Stromversorgung, sage ich mal, angewiesen. Und deswegen würde ich schon sagen, dass so ein Landstromstecker für viel Reisende oder für Leute, die auch irgendwann arbeiten wollen, sehr, sehr wichtig ist. Um dann mit diesem Landstromstecker die Batterie laden zu können, benötigt man ein Batterieladegerät. Ich habe dafür jetzt kein extra Batterieladegerät, sondern ich habe dafür einen Wechselrichter, der das Batterieladegerät integriert hat. Das heißt, das ist ein Kombigerät, das wird sowohl an diesen Landstromstecker angeschlossen, als auch an die Batterie. Das heißt, es kann entweder die 12 Volt aus der Batterie umwandeln in 230 Volt und es kann gleichzeitig auch die 230 Volt, die vom Landstrom aus kommen, umwandeln auf eine geeignete Ladespannung, um dann die Batterie zu laden. Ich glaube schon. Ne, das war richtig. Eddie, ich rede nur mit dir, gell? Er weiß Bescheid. Jetzt machen wir aber mal Step by Step. Ich baue jetzt erstmal dieses Ding von außen in mein Auto ein. Das wird hier unter dem Bett seitlich in der Wand sein. Also man sieht dann von außen eben dieses Ding hier. Das kommt mit eingesetzt ins Auto. Dieser dicke Kasten ist dann quasi im Auto drin. Und hier in diesem dicken Kasten, da müssen wir dann unser erstes Kabel verkabeln. Das sehen wir auch gleich. Ich werde als allererstes jetzt ins Auto das Loch schneiden. Ich werde dann auch da die Kanten grundieren und lackieren, dass sich da kein Rost bildet. Das Loch ist eben so groß, dass dieses Teigding hier reinpasst. Dann werde ich zuerst von innen das Kabel durchführen, sodass ich dann außerhalb vom Auto quasi die Kabel oder das Kabel hier anschließen kann. Dafür muss man hier hinten einfach diese Abdeckung runter machen. Da ist hier eine Schraube, die das Ganze fixiert. Dann kann man das so rausklipsen. Dann zeige ich es euch, wie ihr das hier anschließt. Da sind halt drei Anschlüsse. Im 230 Volt Bereich haben wir nicht nur Plus und Minus, sondern da haben wir eine Phase. Das ist im Endeffekt das Plus. Aber da gibt es kein Plus und Minus, weil bei 230 Volt das ist Wechselstrom. Das heißt, der Strom wechselt die ganze Zeit. Also im 12 Volt Bereich ist es Gleichstrom. Da ist es immer, Strom fließt von Plus über Verbraucher zu Minus. Und bei 230 Volt ist es eben ein Wechselstrom. Das heißt, wir haben im Prinzip zwei Leitungen, so wie Plus und Minus, wo die ganze Zeit abwechselnd der Strom, wie wir sagen, zu ganz grob erklärt. Und neben diesen zwei Leitungen haben wir dann noch eine dritte. Und das ist dieses gelb-grüne Kabel. Habt ihr bestimmt auch alle schon mal gesehen. Das ist der Schutzleiter. Das heißt, wir haben im Normalfall ein braunes oder ein schwarzes. Das ist die Phase. Dann haben wir ein blaues. Das ist der sogenannte Neutralleiter. Aber das sind eben diese zwei Plus und Minus. Und dann eben noch dieses dritte, das grün-gelbe. Das ist der Schutzleiter. Und beim Verkabeln ist es eben so, dass man immer diese drei Leitungen anschließen muss. Der Schutzleiter wird später auch noch mit der Karosserie vom Auto verbunden. Ich weiß gerade noch nicht, wie ich das mache und wo ich das mache. Aber das sehen wir dann auf jeden Fall auch noch. Das heißt, wir haben hier drinnen dann auch drei Anschlüsse. Das zeige ich euch dann gleich. Und dann zeige ich euch auch, wo ihr da was anschließen müsst. Aber im Endeffekt gehen wir hier nur mit einem Kabel rein, wo drei Leitungen drin sind. Und diese drei Leitungen werden hier drinnen dann angeschlossen. Aber jetzt rede ich mal nicht so viel. Ich schneide jetzt erstmal das Loch ins Auto. Dann führe ich von innen das Kabel nach draußen. Dann kann ich draußen ganz entspannt das Ganze hier verkabeln, bevor ich dann diesen Stecker einsetze. Um den einzusetzen, da ist hier eigentlich so eine Moosgummidichtung mit dran, dass man es theoretisch nur reinschrauben muss. Da sind hier in den Ecken vier Verschraubungspunkte, wo man entweder eine Blechschraube ins Blech schrauben könnte, oder man macht von innen so einen Konterrahmen aus Holz, wo man es dann mit normalen Schrauben reinschrauben kann. Ich werde weder noch machen. Ich habe nämlich aktuell gar keine normale Dichtmasse hier vorrätig, sondern ich habe nur einen Dichtkleber im Prinzip. Und deswegen mache ich einfach diese Moosgummidichtung komplett weg und klebe stattdessen diesen ganzen Stecker. Der dichtet das dann auch ab. Also ich mache einfach außenrum überall dick diese Klebe- und Dichtmasse drauf. Also es ist ein Ding. Und dann setze ich es damit halt ein. Und wenn der Kleber dann trocknet, dann ist das Ganze fest. Das kriegt man niemals wieder runter. Also das ist wirklich ein fester, fester Kleber. Dafür benutze ich den Sudal Fix All, heißt der. Im Prinzip dasselbe wie Zika Flex. Zika Flex ist eigentlich so der Standard für solche Anwendungen. Also vor allem Zika Flex 252. Auch den findet ihr in meinem Amazon-Shop an verschiedenen Stellen, glaube ich. Müsst ihr mal gucken, irgendwo ist der auf jeden Fall. Also bei Solar ist er auf jeden Fall drin, weil man damit auch die Solar-Spoiler, wo dann die Solarmodule drangeschraubt werden, aufs Dach kleben kann. Jetzt aber wirklich los. Mal wieder Fail-Time. Ich habe das hier angezeichnet, wo ich eigentlich den Ausschnitt machen wollte. Das Problem war, dass ich innen schon eine Verkleidungsplatte habe. Das heißt, ich kann nicht von innen erst das Loch bohren. Und auf der Höhe ungefähr ist halt irgendwo innen so ein Holm. Und dann habe ich einfach auf gut Glück, im Prinzip das ungefähr abgeschätzt, anhand von Fotos, die mir andere geschickt haben und Messungen. Und habe halt jetzt hier das Loch gebohrt. Und dann bin ich hier auf nochmal Blech gestoßen, nachdem ich das erste Blech hier von außen durch hatte. Das heißt, ich habe hier quasi in den Holm reingebohrt. Jetzt habe ich hier unten drunter ein bisschen ein größeres Loch mit der Stichsäge reingeschnitten, dass ich mit dem Finger da reinkommen und fühlen kann. Und ja, es muss so sein, dass ich mit dem... Au, ja, ich spüre es sogar. Mit dem Loch hier bin ich wirklich exakt einfach an dieser Falzkante vom Holm. Das heißt, wenn ich ein ganz kleines Stück drunter gehe, dann passt es. Aber das muss dann auch die Oberkante von dem kompletten Ausschnitt sein. Ja, das heißt, ich werde nochmal neu anzeichnen. Mache eben jetzt quasi hier die obere rechte Ecke oder so. Mache ich eben genau auf diesen Punkt. Und dann schneide ich das eben aus. Gerade nochmal Glück gehabt, weil ich habe jetzt schon echt befürchtet, dass ich hier ein Loch habe, das ich nicht mehr verdecken kann. So mache ich es halt jetzt einfach so. Das ist dann der Landstromstecker, den ich dann später einsetze. Der hat hier oben auch nochmal so einen Zentimeter ungefähr, mit dem ich dann das Loch eben verdecken kann, wenn ich jetzt die Schnittkante einfach ganz knapp drunter setze. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Peace. Bis zum nächsten Mal. So, ich habe jetzt die Kante hier schon grundiert und habe mir jetzt drinnen durch die Holzplatte auch ein Loch gebohrt, wo ich jetzt mein Kabel durchgeführt habe. Das ist jetzt ein 3x2,5mm² Kabel und zwar speziell eins, das eben für den Kfz-Bereich zugelassen ist. Das heißt H07RNF, glaube ich. Aber schaut einfach in meinen Amazon-Shop, da findet ihr das nämlich. Das ist auch der einzige Typ, der zugelassen ist. Das ist eben so eine flexible Gummileitung und die einzelnen Adorn hier drinnen bestehen aus mehreren Litzen und somit ist das Ganze halt einfach sehr flexibel und nicht bruchgefährdet oder so. Genau, und das Ganze wird jetzt an dem Landstromstecker angeschlossen. Dafür brauche ich jetzt als erstes mal einen Schraubenzieher, um die eine Schraube hier zu lösen und dann kann man hier hinten diese Abdeckung abklipsen. Und dann werde ich das, wie gesagt, zuerst hier anschließen, bevor ich dann den Stecker da drinnen einsetze. Ja, also ich mache es immer mit Gewalt raus. Auf jeden Fall geht es dann irgendwie ab. Und jetzt sind hier drin mehrere Anschlüsse. Das sieht erstmal ein bisschen verwirrend aus. Aber im Endeffekt haben wir nur drei Anschlüsse für die drei Leitungen, die sich hier drin befinden. Also für die Phase, braun, neutral, also Nullleiter, blau und eben PE, also die Erdung. Die Erdung kommt gleich hier in dieses längliche Ding, das hier so raussteht. Da ist auch das Erdungssymbol drauf. Und dann sind hier seitlich zwei Schrauben. Und diese zwei Schrauben dreht man eben auf. Dann kann man die Erdungsleitung hier reinstecken und dann wieder zudrehen. Dafür muss man Aderendhülsen drauf machen, weil sonst können die einzelnen Litzen beschädigt werden. Ja, und genauso ist dann hier eben das L1 Plus und hier das N. L1 Plus ist eben unser braunes Kabel und N ist unser blaues Kabel. Und bei denen ist es so, dass auch wieder, ja genau hier, wenn man von der Seite reinguckt, also seitlich sind hier auch wieder zwei Schrauben sichtbar. Die zwei Schrauben wieder lösen. Und dann sieht man, wenn man von vorne reinschaut, wo das L1 Plus steht, wenn ich seitlich die Schraube löse, dann sieht man da, dass sich die Schraube eben rausbewegt. Und das mit beiden Schrauben. Und dann kann man da eben auch sein Kabel reinstecken und das Ganze damit dann festschrauben. Ja, und das macht man eben, wie gesagt, mit L1 Plus, mit N und mit der Erdung. Und diese drei anderen beigen Dinger, die man hier sehen kann, das sind Zugentlastungen. Also damit, da braucht man eigentlich nur eins davon. Da führen wir sozusagen das Kabel jetzt zum Beispiel von hier unten rein. Und dafür schraube ich das auch auf, dass diese Zugentlastung, also diese ganze beige Schiene, nach oben geht. Und dann, ja, macht man das eben an eine geeignete Stelle, sodass alle drei Leitungen eben zu den drei Anschlüssen kommen. Das ist einfach dafür da, dass wenn jetzt drinnen irgendwas am Kabel zieht, dass das nicht hier an den Anschlüssen zieht, sondern dass das dicke Kabel an sich, das schwarze Kabel, durch diese Zugentlastung fixiert ist und die einzelnen Leitungen halt dann immer noch safe in ihren Anschlüssen sind. Das heißt, wir müssen jetzt als erstes mal das schwarze Kabel hier abisolieren. Erstmal die schwarze Isolierung entfernen. Die ritze ich vorsichtig mit dem Cutter außenrum ein, dass ich die dann ja so aufbiegen kann. Das seht ihr dann gleich. Und dann kann man es runterziehen. Und dann kann ich die einzelnen Leitungen, also die einzelnen Adern im Prinzip, ja doch, die kann ich dann auch abisolieren. Dafür nehme ich die abisolierte Zange, zeige ich euch auch gleich. Und dann schaue ich, dass ich die eben erstmal hier alle anschließe. Dann fixiere ich das Kabel eben hier in so einer Zugentlastung. Ja, und dann kommt eigentlich nur noch die Kappe wieder drauf. Und dann können wir den ganzen Stecker da einbauen. Also erster Schritt, die schwarze Isolierung vom Kabel entfernen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das brauche. Ich mache es jetzt einfach mal nach Gefühl, so ungefähr so. So, wie gesagt, ganz vorsichtig mit dem Cutter einritzen, so einmal außenrum. Also vor allem halt sehr vorsichtig sein, dass man nicht in die Leitungen, also in die drei hier, dass man da nicht reinschneidet. Jetzt sieht man ja schon, es kommt schon langsam das erste zum Vorschein. Aber jetzt muss ich natürlich außenrum noch ein bisschen mehr einritzen. Ich bin noch nicht mal einmal komplett rumgegangen. Bei sowas bin ich auch wieder ein bisschen ungeschickt, aber ich habe ja Zeit. Es ist halt wichtig, dass man nicht die einzelnen Leitungen anritzt. So, jetzt habt ihr gesehen, kann man dann einfach runterziehen. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich die angeritzt habe. Ja, ich habe sie angeritzt. Verdammt, es war nur ein kleines bisschen, aber da gehe ich jetzt trotzdem kein Risiko ein. Also nochmal abschneiden und das gleiche Spiel nochmal ein bisschen weiter hinten. So, den Schritt habe ich euch jetzt erspart. Wie gesagt, ich habe es jetzt nochmal abgeschnitten und nochmal neu die Isolierung weggemacht. Und jetzt müssen wir die einzelnen Adern abisolieren. Dafür nehmen wir die Abisolierzange. Die findet ihr auch mal im Amazon-Shop. Dann kann man das einfach hier reinhalten und zack. Und das mit allen drei. So, und jetzt brauchen wir wie gesagt passende Ader-Enthülsen, damit die einzelnen Litzen, die man jetzt hier sehen kann, dann nicht beschädigt werden, wenn ich das später mit den Schrauben quasi festmache. Genau, die hier passen eh. Perfekt. Dafür brauchen wir jetzt die Grimp-Zange. Auch die findet ihr im Amazon-Shop unter Electric. Das ist eine Grimp-Zange, die hat hier vorne diese Backen drin. Die kann man auch austauschen. Das sind jetzt die für die Ader-Enthülsen. Und da gibt es dann auch welche, also die werden mitgeliefert, für Kabelschuhe. Also für zum Beispiel diese Rund- oder Ring-Kabelschuhe. Genau, und hier drauf steht jetzt auch 2,5. Das ist hier. Dann gehen wir da rein. Bei 2,5 Quadratmillimeter, weil wir das gerade als Querschnitt haben. Dann einfach einmal komplett zudrücken, bis die Zange ganz am Anschlag ist. Und dann geht die auch von selbst wieder auf. Und dann sollte das Ganze hier fest sein. Jo, das ist auch das Gleiche mit allen drei Kabeln. So, jetzt sind alle drei drauf. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass es vielleicht gar nicht Sinn macht, dass die alle gleich lang sind. Das wird sich jetzt gleich zeigen. Mal schauen, ob das jetzt irgendwie geht. Also theoretisch kommen wir jetzt hier rein, wo dann diese Zugentlastung ist. Jetzt müssen wir mit dem PE hier oben rein. Okay, das haut hin. Mit dem L, das ist der braune. Ja, okay, das geht natürlich. Den muss ich eher kürzer machen, genau. Und mit dem blauen müssen wir da hinten. Ah, nee, da gehen wir auch von oben rein. Ja, okay, aber die muss ich definitiv kürzen. Die sind definitiv zu kurz, oder? Äh, zu lang. Ja, okay, starke Aktion. Ich schaue jetzt einfach, auf welche Länge ich die ungefähr brauche. Dann schneide ich alle nochmal ab. Mach nochmal neu. Also abisolieren wieder. Dann wieder die Kabelschuhe drauf. Ja, und ihr seht ja, aktuell ist es jetzt einfach zu lang, weil ich muss mit dem PE hier oben rein. Da muss ich es auch kürzen, sonst kriege ich später die Abdeckung ja nicht drauf. Und der L1, der kommt hier seitlich rein. Das ist auch viel zu lang, sonst steht er auch seitlich so über. Und der hier, äh, sorry, nee, kommt nicht seitlich rein, sondern jeweils von oben. Also von hier. Sowohl der M als auch der L1 kommen beide von hier rein. Okay, der passt fast. Den kann ich noch ein kleines Stück kürzer machen. Ja. Kleines Stück kürzer, dann passt der auch. Genauso den hier ein kleines Stück kürzer und den PE halt ein gutes Stück kürzer. Das mache ich nochmal, das mache ich jetzt ohne Kamera. Einfach alle kürzer und dann zeige ich euch, wie ich das hier anschließe. Aber ich habe es ja auch schon gesagt, zum Beispiel jetzt, wenn ich den N hier drinnen habe, also den blauen Neutralleiter, dann einfach hier seitlich die Schrauben festziehen und dann ist er fest. So, ich habe jetzt die drei Kabel hier angeschlossen. Wie gesagt, einfach reinstecken und dann sind da jetzt zum Beispiel bei dem hier, beim Nullleiter, hier seitlich eben diese zwei Schrauben, die man dann anzieht. Und dann ist es fest. Dann nochmal prüfen, ob die auch sicher alle einen festen Halter drin haben. Das haben sie. Und jetzt kommt diese Zugentlastung wieder zum Einsatz. Dafür muss das Kabel jetzt hier so unten rein. und dann schraube ich da diese Zugentlastung drauf. Gut, jetzt kann ich nämlich hier dran ziehen. Dann tut sich hier nichts mehr. Die drei Kabel haben alle so ein bisschen Spiel und da tut sich nichts mehr. Und jetzt kann ich meinen Deckel wieder drauf machen, den hier. Jetzt kommt diese Abdeckung wieder drauf. Da ist jetzt eben hier auch so ein Loch, wo das Kabel durchgeht. Zack, so sieht gut aus, würde ich sagen. Und jetzt können wir das Ganze schon fast da einbauen. Jetzt habe ich nur, ja, nicht einen Fehler gemacht, aber es ist ein bisschen blöd, weil ich habe das Loch in der Holzplatte ein bisschen höher gebohrt als jetzt dieser Ausschnitt hier ist. Das bedeutet, ich muss jetzt das Kabel da so ein bisschen unten rein, dass es so eine Kurve nach unten macht, weil es jetzt von unten in den Landstromstecker reingeht. Aber das sollte machbar sein. Ich ziehe es jetzt extra mal ein bisschen weiter raus. Dann schiebe ich es da unten rein. Genau. Und dann kann ich den ganzen Stecker hier einsetzen. Ach so, aha, kriege ich den jetzt überhaupt vom Winkel her hier so rein? Oh, oh, ja, fast den kriege ich jetzt so nicht rein. Das wäre uncool. Ich dachte mir nämlich, es ist schlau, das draußen zu machen, dass man dann den Stecker einsetzen kann und nicht drinnen dann das noch verkabeln muss. Aber jetzt habe ich das Problem, dass das ja hier unten quasi im Weg ist. Okay, ich weiß, wie ich das Problem löse. Und zwar ist hier hinten auch nochmal ein Loch, das man durchstechen kann, dass man das Kabel nicht hier unten durchführt, sondern von hinten. Und dann kann ich ihn so einsetzen. Okay, also, ja, mache ich nochmal kurz. Das heißt, ich muss auch dann die andere Zugentlastung nutzen. Da ist hier oben auch noch eine. Da muss ich erstmal das Gehäuseabdeckung hier wieder runterkriegen. Okay. Also, wie gesagt, hier oben ist auch so eine Zugentlastung. Dann gehe ich jetzt durch dieses Loch hier rein, in diese Zugentlastung und dann in die Anschlüsse. Ja, muss ich nochmal kurz umbauen. So, wie gesagt, jetzt habe ich hier hinten das andere Loch genommen. Das habe ich mit dem Schraubenzieher durchgestochen. Habe das Kabel jetzt auch bei der Zugentlastung hier befestigt und komme so trotzdem noch in alle Anschlüsse rein. Und jetzt musste ich nur diese Abdeckung auch von hinten schon mal auf Kabel, also durch das Kabel durchführen im Prinzip, beziehungsweise andersrum, das Kabel durch die Abdeckung durchführen. Und jetzt kann ich das hier draufklipsen wieder. So. Und jetzt dürfte das natürlich problemlos funktionieren. Okay. Das haut hin. Ich hatte eigentlich den Plan, dass ich das Ganze nur anklebe. Also, ihr seht ja eh, das wird so schön halten, weil es einfach fest hier drinnen steckt. Aber es muss natürlich abgedichtet werden. Und ich wollte ja diese Moosgummedichtung wegmachen. Das mache ich auch. Und wollte es dann nur ankleben. Aber ich glaube, dass ich doch hier diese vier Eckpunkte nutze, um das Ganze auch noch zu verschrauben. Mit Blechschrauben ins Blech einfach rein. Weil sonst kriege ich es, glaube ich, nicht so hin, dass es sich komplett ans Blech ranzieht. Nur mit Kleben. Aber ich gucke noch mal kurz, wenn ich sie noch ein bisschen randrücke, wie es dann so wird. Nee, mit Schrauben wird es schon besser sein. Ich wollte es eigentlich vermeiden, weil ich dann ja noch mal Löcher auch drinnen habe, ja, wo die quasi nicht grundiert sind. Aber andererseits kommt außenrum ja überall die Klebedichtmasse. Deswegen dürfte das eigentlich gar kein Problem sein. Dann mache ich jetzt trotzdem, wie gesagt, diese Moosgummidichtung weg, weil die, ich glaube, die wird ihren Zweck nicht erfüllen. Und jetzt brauche ich Blechschrauben. Ich hoffe, ich habe noch vier Stück da. Alles klar, ich habe noch genau vier Blechschrauben da. Wieder mal Glück gehabt. Jetzt brauche ich außerdem noch meine Dichtmasse, beziehungsweise diesen Kleber, weil ich halt keine Dichtmasse da habe gerade. Das ist der hier, der Sudal Fix All und natürlich die Kartuschenpresse dazu. Genau, und jetzt werde ich aber als erstes noch für die Blechschrauben. Also ich klebe eigentlich erst das Teil rein und schraube dann die Blechschrauben rein. Aber als erstes bohre ich zumindest mit einem ganz kleinen Bohrer, mit einem Zweierbohrer, die Löcher nochmal vor, sodass ich dann mit den Blechschrauben, ich glaube, ich weiß nicht, ob man da vorbauen muss, ich glaube eigentlich nicht, aber dann sollten die auf jeden Fall deutlich leichter reingehen, als wenn die sich durch das komplette Blech durchbohren müssen. Perfekt, Bohrer abgebrochen. Gut, dann probieren wir es mit dem Dreierbohrer nochmal. So. So, jetzt kriegen die Löcher, die ich gerade gebohrt habe, zumindest auch noch ein bisschen Grundierung drauf, Frostschutzgrundierung, dass dann, wenn die Schrauben sich da reindrehen, hoffentlich die Grundierung sich auch so ein bisschen reindreht. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Und jetzt werde ich noch die ganze Fläche, wo ich gleich quasi klebe, ein bisschen mit Bremsenreiniger entfetten. Den sprühe ich jetzt nicht direkt drauf, weil der Lack noch nicht trocken ist. Deswegen einfach so hier ganz vorsichtig mit diesem Tuch, dass dann der Kleber da auch richtig schön haftet. Alles klar. Dann mache ich jetzt noch auf die Kante überall noch ein bisschen Metallschutzlack drauf. Die Rostschutzgrundierung auf der Kante ist inzwischen getrocknet, nur an den Schrauben eben noch nicht. Aber bei der Kante mache ich jetzt noch mal den Metallschutzlack drüber und dann mache ich nass quasi das Ding hier rein. Ich denke, das ist immer ein bisschen besser, wenn es dann noch nass ist, dass dann nicht der getrocknete Lack quasi abbröselt, wenn ich den Stecker da reinstecke, weil der ja doch relativ knapp nur reingeht. Und wenn der Lack noch nass ist, dann kann der quasi so ein bisschen schmierig sozusagen. Ja, den mache ich jetzt am besten nicht zu dick, weil der Nachteil bei so einem Kleber ist, den kann man nicht so schön wie Dekasil danach noch nachträglich entfernen. Deswegen, wenn ich den jetzt richtig dick überall auftrage, dann wird das überall voll rausquellen und dann sieht es halt überhaupt nicht mehr schön aus. Deswegen mache ich jetzt mal ein bisschen sparsam und dann schauen wir mal, wie es dann ist. Sonst kann man ja immer noch auch außenrum noch mal eine Dekasil-Dichtung außenrum machen. Jetzt schauen wir mal, ob ich das da irgendwie schön reinkriege. Das quält jetzt schon fast oben raus. Ja gut, lässt sich aber nicht vermeiden, weil ich es ja auch noch anschraube und dann zieht es sich eh richtig ran. Am Ende des Tages ist dann doch auch wieder wichtiger, dass es dicht wird und ich hoffe, dass ich das dann trotzdem noch ein bisschen entfernen kann, die Reste außenrum. Gut, dass die untere Kante perfekt ist und die linke auch, aber oben ist es richtig schön rausgequollen. Aber gut, oben habe ich auch ein bisschen mehr Dichtungsmasse hingemacht, beziehungsweise Kleber, dass es halt dicht wird. Wenn es unten undicht ist, mein Gott, da kommt kein Wasser rein. Aber okay, jetzt hole ich mir Spülmittel und ja, Wasser, also ein Spülmittelwasser sozusagen und ziehe ich das einfach ein bisschen glatt und drücke es auch noch oben in die Fuge rein. Wir haben, wie gesagt, das geht mit Decasil mega, mega gut und da kann man es auch ohne Probleme vom Lack wieder entfernen, also vom Blech. Aber bei dem wird es ein bisschen eine Sauerei. Wir gucken mal, wie gut das Ergebnis wird. Also wie gesagt, jeder, der Decasil kennt und das schon mal gemacht hat, der wird sich denken, was macht der Typ hier? Aber es ist wirklich, mit dem scheiß Kleber ist das wirklich nicht schön. Okay, ich probiere es mal noch mit einer Kreditkarte oder mit einer Scheckkarte einfach, das so ein bisschen glatt zu ziehen nach unten. Ich hoffe, das klappt vielleicht. Meine Hände sind schon mal komplett schwarz und läuft nicht ganz so, würde ich sagen. Weiter geht es jetzt hier drinnen. Das hier ist unser dreiadriges Kabel, das vom Landstromstecker kommt und das muss jetzt erst mal in den Sicherungskasten. Das kennt ihr vielleicht von zu Hause. Das ist einfach so ein Kasten. Zu Hause ist der deutlich größer und da drinnen sind solche Dinger hier. Und das sind zwei verschiedene Geräte, die wir hier brauchen. Das hatte ich im, also nicht genau das, aber im 12 Volt Elektrik Video hatte ich schon ein bisschen über das Thema gesprochen, über so Sicherungen und so was. Bei 12 Volt ist es so, dass man immer nur die Kabel an sich absichern muss, damit es bei einer Überlastung vom Kabel nicht zum Brand kommt. Aber an sich ist 12 Volt für den Menschen sonst ungefährlich. Also man kann bei 12 Volt keinen Stromschlag kriegen, weil die Spannung einfach zu niedrig ist. Bei 230 Volt hingegen, das weiß ja jeder, wenn man in die Steckdose fasst, kann man einen Stromschlag kriegen, weil eben 230 Volt eine hohe Spannung ist, die hoch genug ist, dass dann Strom durch den Körper durchfließt. Und deswegen ist das Erste, was wir brauchen, ein Personenschutzschalter. Der ist eben dafür da, dass ihr da nicht drauf geht, wenn ihr einen Stromschlag bekommt, sondern der merkt es dann, also der merkt quasi, dass irgendwas nicht stimmt, weil der Strom durch euren Körper fließt und eben nicht durch die Kabel, wie er es eigentlich sollte. Und dann löst der eben aus und damit unterbricht er halt dann den Stromfluss. Und deswegen im Idealfall, wenn man dann quasi einen Stromschlag kriegen würde, spürt man es halt gar nicht, sondern es fliegt einfach direkt die Sicherung raus. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob es sein kann, dass man trotzdem ein bisschen was spürt, aber ich glaube eigentlich nicht. Also der löst auf jeden Fall schon bei 30 Milliampere aus. Das ist ziemlich wenig und deswegen glaube ich nicht, dass man überhaupt was spürt. Ich glaube, der löst einfach aus, bevor man überhaupt was spüren würde. Aber auf jeden Fall rettet dieses Teil euch das Leben und das ist das, worauf es ankommt. Deswegen sehr, sehr wichtig. Das heißt, wie gesagt, Personenschutzschalter oder auch Fehlerstromschutzschalter, auch genannt FI. Und ja, das ist das erste wichtige Teil. Wir gehen hier im Prinzip, ihr seht, hier sind zwei Anschlüsse unten und zwei oben. Also wieder so wie vorher, Schraube hier von der Vorderseite aufdrehen und dann kann man hier unten das Kabel reinstecken und das dann eben oben wieder zudrehen. Und das gleiche haben wir eben zweimal, einmal links, einmal rechts und hier oben dann auch. Und dann müssen wir eben einmal einfach mit der Phase rein und einmal mit dem Nullleiter und dann kommen wir auch so oben wieder raus, wieder mit Phase und Nullleiter. Das heißt, braunes Kabel rein, braunes Kabel raus, blaues Kabel rein, blaues Kabel raus. Es ist dabei auch egal, ob man von oben oder von unten reingeht. Es ist einfach nur wichtig, dass man halt, ja, auf einer Seite blau, auf einer Seite braun im Prinzip. Und dann brauchen wir noch ein weiteres Teil. Das hier ist wie gesagt nur der Personenschutzschalter, der eben nur dafür da ist, dass ihr überlebt, nur dafür. Und der andere, das ist der Leitungsschutzschalter. Also das ist im Endeffekt wieder die Sicherung fürs Kabel, wie auch im 12 Volt Bereich, dass eben bei einer Überlastung des Kabels, wenn da irgendwie ein zu hoher Strom fließt, das Kabel nicht zum Brennen anfängt, sondern dann das Teil hier wieder auslöst. Ich bin mir bei dem jetzt gerade gar nicht sicher, ob der bei 16 Ampere auslöst oder bei 10. Also der Standort ist eigentlich 16, aber ich glaube, das hier ist einer, der bei 10 Ampere auslöst. Aber so viel Strom braucht man sowieso niemals im 230 Volt Bereich. Also 230 Volt bei 10 Ampere wären ja schon, ja okay, doch kann man schon brauchen. Das sind 2300 Watt. Wenn man jetzt zum Beispiel Induktion hat oder so, dann braucht man das schon. Ich brauche es aber nicht. Also falls ihr Induktion habt, dann nehmt auf jeden Fall welche mit 16 Ampere, dass die eben nicht zu früh auslösen, weil sonst könnt ihr nie euer Induktionskochfeld zum Beispiel benutzen. Auf alle Fälle, das hier ist auch ein zweipoliger Leitungsschutzschalter. Ihr seht, die sind von der Größe gleich, diese zwei Teile hier und haben auch beide eben jeweils zwei so Anschlüsse. Beim Fi, den gibt es nur so, den Fehlerstromschutzschalter. Den Leitungsschutzschalter gibt es theoretisch auch einzeln. Also das ist nicht immer so ein Gerät mit zwei Bahnen, sage ich mal, sondern den gibt es auch einfach nur die Hälfte davon. Und dann ist es eben nur um einen, um eine Leitung abzusichern. Der hier ist eben gleich für zwei gedacht. Das heißt, hier ist es auch wieder wie bei dem Gerät. Das hier im Prinzip auf der einen Seite, also die kommen nebeneinander in den Sicherungskasten rein. Ich habe ja gesagt, ich gehe hier mit den zwei Kabeln rein, hier oben mit den zwei Kabeln wieder raus und dann gehe ich mit den zwei Kabeln quasi direkt hier wieder rein und dann hier unten wieder raus. Also eigentlich mache ich so mit beiden Kabeln einmal hier oben durch, da so einen Bogen rüber und unten wieder raus. Und das hat den folgenden Hintergrund. Normalerweise sichert man mit dem Leitungsschutzschalter nur die Phase ab, aber wir haben hier einen Landstromstecker, der ist an sich verpolungssicher. Also der Stecker, der da reinkommt, kommt immer in die gleiche Richtung rein. Und so gesehen ist die Phase immer die Phase und der Nullleiter auch immer der Nullleiter. Aber es könnte jetzt sein, dass ihr zum Beispiel sagt, ihr wollt ein Adapterkabel benutzen, dass ihr draußen ein Kabel ansteckt, das eben in diese CEE-Steckdose reingeht, auf der anderen Seite vom Kabel aber einen Schuko-Stecker dran hat. Also einen ganz normalen Stecker, der in die normale 230-Volt-Steckdose kommt. Und das wisst ihr bestimmt, wenn ihr einen Stecker in die normale Steckdose steckt, dann ist es egal, wie rum ihr den reinsteckt. Ihr könnt den in beide Richtungen reinstecken. Das liegt daran, dass wir da ja Wechselstrom haben. Das heißt, es ist eigentlich egal, wie rum man es halt ansteckt. Aber dadurch ist das Ganze eben nicht verpolungssicher, obwohl der CEE-Stecker an sich eigentlich schon verpolungssicher ist. Jetzt ist es aber so, wenn wir eben diesen Schuko-Stecker als Adapter benutzen und das Ganze an einer normalen Steckdose anschließen, dann können wir das Ganze theoretisch auch falschrum anschließen sozusagen. Und deswegen müssen wir hier eben nicht nur die Phase, sondern auch den Nullleiter mit dem Leitungswitzschalter absichern. Ist auch Vorschrift, dass man das so macht, damit man dann auch die 230-Volt-Prüfung besteht. Denn das ganze Thema 230-Volt muss von einem Fachmann abgenommen werden. Bei 12 Volt ist das nicht der Fall. Eine weitere Vorschrift ist außerdem noch, dass das Kabel vom CEE-Stecker zu diesen Geräten hier zum Sicherungskasten einen Kabelklerschnitt von 2,5 Quadratmillimeter haben muss, also alle drei Leitungen. Und ich hatte ursprünglich nur ein 1,5 Quadratmillimeter Kabel, deswegen musste ich dann noch warten, dass das hier angekommen ist. Ab dem Sicherungskasten ist es, soweit ich weiß, dann egal. Ich werde trotzdem mit dem 2,5 Quadratmillimeter Kabel auch hinter dem Sicherungskasten noch weitergehen, bis zur ersten Verteilerdose, von wo aus ich das Ganze dann aufsplitte und das eben dann weiter in den Wechselrichter geht. Das seht ihr dann auch später. Aber die weiteren Verbraucher, die ich habe, die mache ich dann mit dem 1,5 Quadratmillimeter Kabel. Aber auch da wichtig ist, muss eben der richtige Kabeltyp sein, eben diese flexible Gummileitung mit den drei, also die dreiadrige flexible Gummileitung mit den einzelnen Litzen in den einzelnen Leitungen. Aber wie gesagt, die passenden Kabel, sowohl die 1,5 Quadrat als auch die 2,5 Quadrat, findet ihr natürlich auch in meinem Amazon-Shop, genauso wie diese Sicherungen und den Sicherungskasten. Ich werde jetzt als allererstes mal diese Brücken machen, also eben mit dem braunen Kabel einfach von hier nach da drüben und mit dem blauen Kabel genauso von hier nach da drüben. Das kann ich nämlich jetzt hier außen halt schön einfach anschließen. Dann komme ich hier in den Sicherungskasten von unten mit meinem Kabel rein. Das muss ich dann hier unten halt anschließen. Ich weiß noch nicht, ob ich die davor schon einklipse in die Schiene, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich schiebe ich das Kabel erstmal durch, dann kann ich das Ganze so hier entspannt reinstecken und festschrauben. Und dann, wenn alle Kabel dran sind, dann klippse ich es eben hier auf diese Schiene drauf. Das wird dann einfach so von oben eingehängt und reingeklipst. Mach ich jetzt nicht, weil dann muss ich es wieder lösen. Und dann ist es halt auch auf dieser Befestigungsschiene hier fest. Und dann ein Thema, was ich jetzt noch nicht angesprochen habe, auch noch ganz wichtig. Wir haben ja drei Adern. Ich habe jetzt die ganze Zeit nur von der Fasern vom Neutralleiter gesprochen, also von braun und blau. Wir haben natürlich noch unseren Schutzleiter, den PE, also gelb-grün. Und der gelb-grüne, den müssen wir auch irgendwie anschließen. Aber der kommt nicht an diese Sicherungsautomaten, sondern da nehmen wir einfach eine Vagoklemme. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine 5-polige und da habe ich auch 3-polige. Vielleicht eine 3-polige in dem Fall. Genau, da nehme ich einfach eine Vagoklemme. Und ich gehe ja im Endeffekt mit dem einen Kabel, also mit dem hier vom Landstromstecker, gehe ich hier rein. Dann schließe ich das Ganze da an. Und dann gehe ich mit dem anderen Kabel weiter eben Richtung Verteilerdose, wo es dann zum Wechselrichter geht. Das heißt, ich habe letztendlich hier auch zwei PE-Kabel drinnen. Und diese zwei PE-Kabel muss ich ganz einfach miteinander verbinden. Dafür nehme ich eben einfach eine Vagoklemme. Außerdem soll man dann die PE-Kabel auch noch mit der Karosserie verbinden. Das heißt, ich nehme mindestens eine 3-polige Vagoklemme, sodass ich dann mit einem weiteren PE-Kabel, mit einem Querschnitt von 4 mm, das ist nämlich wieder Vorschrift, dieses Kabel, das mit der Karosserie verbunden ist, soll einen Querschnitt von 4 mm haben. Mit dem gehe ich eben dann auch noch mit in die Vagoklemme und das verbinde ich dann einfach mit der Karosserie. So viel zur Theorie. Jetzt setze ich das Ganze um und wenn es verkabelt ist, lasse ich noch weiter. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Das hier, das rechte, ist das Kabel, das vom Landstromstecker kommt, habe ich euch ja vorher gezeigt. Und dann, wie gesagt, Phase- und Neutralleiter in den FI rein, Personenschutzschalter. Von da oben dann jeweils beide Kabel rübergebrückt in den zweipoligen Leitungsschutzschalter, sodass eben beide Leitungen auch gegen Überlastung abgesichert sind. Und da geht es im Prinzip dann unten auch wieder raus. Und raus ist in dem Fall eben das Kabel, das dann weiterführt, hier vorbei, durch diese Trennwand nach vorne. Das sehen wir dann gleich, wie das von vorne weitergeht. Und abgesehen von Phase- und Neutralleiter, also braun und blau, haben wir dann eben bei beiden Kabeln, die hier von unten in den Sicherungskasten reinkommen, auch noch den Schutzleiter, gelb-grün. Die beiden habe ich ganz einfach jetzt hier mit der einen Vagoklemme verbunden. Wie gesagt, später werden wir den Schutzleiter auch noch mit der Karosserie verbinden. Aber das machen wir auch erst vorne. Das ist jetzt ja quasi hier verbunden. Und ja, dementsprechend kann ich einfach den Schutzleiter, der jetzt von hier weitergeht, vorne mit der Karosserie verbunden. Und dann ist das ganze System sozusagen mit der Karosserie verbunden. Abgesehen davon habe ich dann hier noch Leerrohre verwendet, wie ihr sehen könnt, dass einfach die Kabel auch nochmal hier bei den Durchführungen durchs Holz und so geschützt sind. Und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Jetzt kommt da noch der Deckel drauf. Der sieht so aus. Der kommt hier eben drauf und dann hat man eben nur noch dieses kleine Fenster, das man öffnen kann, sodass man an die Sicherungen rankommt, an die Schalter, aber dass eben ein Berührungsschutz für die Anschlüsse gegeben ist und der Laie eben da nicht hinfasst. Und noch ein ganz wichtiger Hinweis, die ganzen Arbeiten an so einem Sicherungskasten und so natürlich immer nur spannungsfrei machen, also wenn da keine Spannung anliegt. So, unter dieser Platte in der Sitzbank sollten jetzt die Kabel rausgekommen sein. Also sind sie definitiv. Das schauen wir uns jetzt mal an. Nicht wundern, die Sitzbank, also die Platte hier meine ich, die wird eigentlich noch irgendwie mit Scharnieren hier befestigt, dass man das halt aufklappen kann. Oder wie auch immer, vielleicht mache ich auch unten dran an die Platte irgendwie noch Holzklötze. Einfach so in die Ecken sozusagen, dass man das von oben hier reinlegt und das da nicht verrutschen kann. Weil eigentlich das Fach hier wird komplett nur elektrik sein. Da muss man eigentlich später nicht mehr wirklich dran. Und falls man mal dran muss, kann man halt die Klappe irgendwie rausnehmen dann. Auf jeden Fall wird die fixiert, dass sie hier nicht rumrutscht. Das ist ja klar. So, und hier sehen wir jetzt schon eine Menge Kabelsalat. Wo ist denn der Anfang? Also ich versuche auf jeden Fall mal, das hier komplett rauszuholen. Das muss ich natürlich kürzen. Aber ich habe jetzt das Kabel hier komplett durchgeschoben. Ich glaube, das ist 10 Meter lang oder so. Ja doch, 10 Meter. Genau. So, das kommt jetzt hier eben durch. Auch da wieder mit einem Leerrohr natürlich, dass es geschützt ist bei der Durchführung durch die Holzplatte. Und jetzt habe ich hier drinnen auch meinen Wechselrichter liegen. Den seht ihr jetzt nur ganz bisschen. Das ist das Teil hier am Boden. Hier daneben ist die große Batterie. Die ist auch schon ein bisschen verkabelt. Ja, ich hole den Wechselrichter nochmal da raus, dass ich ihn euch richtig zeigen kann. So, der ist auch schon ein bisschen eingestaubt, weil ich hier natürlich schon viel gebohrt habe und so. Aber ich zeige euch jetzt mal, was der für Anschlüsse hat und wie das Ganze funktioniert. Beziehungsweise ich dachte mir gerade, ich fange nochmal ein bisschen anders an. Das hier ist streng genommen nämlich nicht nur ein Wechselrichter, sondern das ist ein Kombigerät. Das hat auch ein Batterieladegerät integriert. Wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr wollt nur über den Landstromanschluss eure Batterie laden, ihr braucht aber gar nicht unbedingt 230 Volt im Camper, dann könnt ihr auch ein ganz einfaches Batterieladegerät kaufen. Die sind deutlich günstiger. Active Water auch bei euch hier im Angebot. Die nennen sich Multi-Load. Und die gibt es einmal speziell für Lithium-Batterien, weil die halt sozusagen besondere Anforderungen an die Ladung haben. Deswegen gibt es da spezielle Batterieladegeräte für. Die sind aber auch nicht viel teurer. Und die gibt es dann eben auch für die restlichen Batterietypen im Endeffekt. Ich habe euch also diese zwei Varianten auch in meinem Amazon-Shop verlinkt. Auch unter dem Punkt Elektrik. Ihr findet da halt wirklich alles. Habe ich jetzt schon oft genug angesprochen. Ich glaube, so langsam hat das jeder verstanden. Also schaut da gerne mal in die Beschreibung. Da ist der Link. Da findet ihr dann auch diese Batterieladegeräte und auch die ganzen Wechselrichter und alles, wovon ich jetzt noch so sprechen werde. Beim Batterieladegerät also einmal die Entscheidung zwischen Batterietyp, also Lithium oder alles andere. Und das zweite, worauf ihr dann beim Kauf noch achten müsst oder könnt, ist die Stärke von diesem Ladegerät. Die gibt es in verschiedenen Variationen. Beginnend bei 5 Ampere bis zu 20 Ampere. Das bedeutet, wenn ihr eine Stunde da angesteckt seid, dann könnt ihr eben zwischen 5 und 20 Ampere Stunden nachladen. Ich sage mal so, bei so einem Landstromanschluss ist es ja in der Regel so, dass man das über Nacht nutzt. Das heißt, im Normalfall hat man da eigentlich schon 12 Stunden oder so Zeit. Bei 5 Ampere wären das dann 60 Ampere Stunden, die man da in 12 Stunden nachladen kann. Das ist schon relativ viel, aber reicht noch nicht unbedingt. Also es ist halt sehr individuell, wie immer. Auf jeden Fall bei 20 Ampere hättet ihr in 10 Stunden schon 200 Ampere Stunden nachgeladen. Also das ist dann schon richtig Power. Ja, weil 200 Ampere Stunden ist jetzt die Kapazität, die ich hier drin habe. Und wenn die komplett leer ist, das ist schon wirklich eine Menge Energie. Und das könnte man dann eben mit dem stärksten Ladegerät in 10 Stunden nachladen. Das ist also die günstigste Option, wenn ihr einfach sagt, ihr wollt nur über den Landstrom eure Batterie nachladen, dann könnt ihr dafür so irgendwas unter 100 Euro auf jeden Fall euch so ein Batterieladegerät kaufen. Wobei, nee, stimmt nicht. Die stärksten kosten bestimmt über 100 Euro, aber die Einstiegsmodelle kosten so 60, 70, glaube ich. Schaut einfach mal vorbei. Je nachdem, welche Stärke ihr wählt, seid ihr da bei einem verschiedenen Preis natürlich. Wenn ihr jetzt aber doch sagt, ihr wollt auch 230 Volt im Camper haben, dann ist so ein Kombigerät eigentlich die bessere Alternative. Aber auch da wieder ein kleiner Hinweis, dafür müssen wir nochmal das komplette Thema Landstrom vergessen, sozusagen, weil, das habe ich glaube ich vorher auch schon mal angesprochen, vielleicht auch nicht, auf alle Fälle, die 230 Volt Installation im Camper müsst ihr von einem Fachmann abnehmen lassen. Das ist Vorschrift. 230 Volt ist lebensgefährlich und deswegen muss das ein Elektriker abnehmen, und zwar sogar ein Elektromeister, glaube ich. Ja, ich weiß aktuell noch nicht, wer das bei mir machen wird, aber da werde ich schon jemanden finden. Das muss auf jeden Fall abgenommen werden, dass es halt fachgerecht installiert ist. Ihr könnt es trotzdem selbst machen, aber ihr braucht eben diese Abnahme und das macht auch definitiv Sinn. Und wenn ihr euch nicht sicher fühlt beim Selbstmachen, dann lasst das lieber gleich komplett machen. Für einen Fachmann ist das, glaube ich, nicht so besonders viel Arbeit, wenn es jetzt nur um so einen Landstromstecker geht und, ja, einen Wechselrichter anzuschließen, sage ich mal. Das hat der wahrscheinlich relativ schnell gemacht, dann sollte es auch nicht allzu teuer werden. Da könnt ihr euch ja einfach mal ein Angebot einholen, wenn ihr das euch nicht selbst zutraut. Worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte, wenn ihr sagt, ihr braucht nicht unbedingt einen Landstromanschluss, ihr wollt aber trotzdem im Fahrzeug 230 Volt haben, dann gibt es eine sehr elegante Lösung. Und zwar gibt es nicht nur solche großen Wechselrichter wie den hier, die hier mit Kabelschuhen an die Batterie angeschlossen werden und damit im Prinzip dauerhaft verbaut sind, sondern es gibt auch kleine mobile Wechselrichter, die ihr ganz einfach an eine 12-Volt-Steckdose anschließen könnt. Und das finde ich ziemlich praktisch, gerade bei kleineren Geräten, die nicht so viel Leistung brauchen, weil dann müsst ihr das Teil natürlich beim TÜV einfach nicht dabei haben, weil das ja einfach nur im Prinzip ein 12-Volt-Verbraucher ist. Also ich glaube, das wäre nicht mal relevant für den TÜV. Also das würde nicht zählen als 230-Volt-Installation, schätze ich. Das ist jetzt keine verbindliche Aussage, aber ich gehe davon aus, weil eben dieser mobile Wechselrichter, das ist einfach nur dann so ein kleines Gerät ungefähr, mit einem Stecker dran für eine 12-Volt-Steckdose. Könnt ihr einfach an die 12-Volt-Steckdose anschließen und dann habt ihr darüber 230 Volt für kleinere Geräte oder eben für Geräte, die nicht so viel Leistung benötigen. Auch da habe ich euch eins in meinem Amazon-Shop verlinkt. Das hat eine Leistung von 300 Watt, glaube ich, und eine Spitzenleistung von 600 Watt. Das heißt, damit könnt ihr schon mal auf jeden Fall so was wie ein Laptop oder Glätteisen gehen, glaube ich, auch. Ich glaube, die haben auch gar nicht so viel Leistung. Solche Geräte kann man da problemlos anschließen. Auch so was wie irgendwelche speziellen Ladekabel oder so was kann man da halt alles ganz gut anschließen. Zum Beispiel auch ein Ladekabel für einen Elektroroller oder für einen E-Bike oder so was. Das sind alles so Geräte, die man da eigentlich schon anschließen kann. Doch bin ich mir relativ sicher, dass auch E-Bike-Ladekabel nicht eine höhere Leistung haben sollten. Dann hat man auf jeden Fall eine deutlich günstigere und einfachere Lösung für 230 Volt im Camper. Wenn man das eben nur so sporadisch benötigt. Jetzt haben wir aber ja den Landstromanschluss und haben auch schon da diesen Sicherungskasten installiert. Dann sind wir eh schon an dem Punkt, dass es abgenommen werden muss von einem Elektriker. Und dann kann es ja auch sein, dass man einfach größere Leistungen benötigt, dass eben diese 300 Watt nicht mehr ausreichen, dass man sagt, man braucht doch mal irgendwie, keine Ahnung, einen Föhn oder man will elektrisch kochen oder was auch immer, wofür man halt einfach größere Leistungen im 230 Volt benötigt. Dann kommt man nicht um so einen großen Wechselrichter herum. Da gibt es von Active jetzt auch wieder verschiedene, die ich euch mal ganz kurz erklären möchte. Ich habe hier den CSI 15, aber wir fangen mal bei dem einfachsten Modell im Prinzip an. Das einfachste Modell ist der SI. Da gibt es dann auch immer verschiedene Versionen. So wie jetzt hier CSI 15 gibt es auch einen CSI 10, CSI 20 und so weiter. Und das gibt es eben von jeder Kategorie. Also wir haben im Prinzip immer ein Buchstabenkürzel. Das steht für den Typ vom Wechselrichter, was der für Funktionen hat. Und wir haben diese Zahl, die steht halt für die Leistung. Also 15 steht jetzt für 1500 Watt. So und der SI, das ist wie gesagt das einfachste Modell. Der SI ist im Prinzip ganz einfach nur ein Wechselrichter. Also der wandelt einfach nur 12 Volt in 230 Volt um. Und mehr kann der nicht. Dann haben wir den TSI. Der TSI hat außerdem einen Anschluss für den Landstrom. Das ist dieser Port hier, wo man eben ein Kabel anstecken kann, das vom Landstrom aus kommt quasi. Und dann hat der TSI eine Netzvorrangschaltung. Das heißt, da kann man entscheiden, das hat der hier jetzt auch, da kann man entscheiden, ob quasi der Strom aus der Batterie genutzt werden soll, wenn Landstrom anliegt, oder ob dann der Landstrom vorrangig genutzt werden soll. Das bietet sich natürlich an, wenn man schon am Landstrom angesteckt ist, dann zahlt man meistens auch dafür. Also erstmal lohnt es sich deswegen schon, den Strom zu nutzen. Und dann kann man einfach mit vollen Batterien wieder weiterfahren oder im Falle des TSI wird zumindest die Batterie nicht leerer, weil man dann einfach den Landstrom nutzen kann. Auch für eure Batterie ist das natürlich gut, weil in dem Moment wird der Strom nicht aus der Batterie gezogen und dann hat man auch weniger Batterieladezyklen im Prinzip. So, und richtig interessant wird es jetzt ab dem CSI, denn der CSI hat nicht nur den Landstromanschluss und die Netzvorrangschaltung damit, sondern der hat auch noch ein integriertes Batterieladegerät. Das haben nämlich der SI und der TSI nicht. Das heißt, bei dem hier ist es so, wenn ich den Landstrom angesteckt habe, dann wird über dieses Gerät auch meine Batterie aufgeladen. Deswegen würde ich euch auch, wenn ihr Landstrom habt, mindestens den CSI empfehlen weil der CSI einfach auch eure Batterie laden kann und sonst bräuchtet ihr nochmal separat ein Ladegerät und habt nochmal ein Teil mehr. Und wo wir schon beim Thema nochmal ein Teil mehr sind, es gibt auch noch den SSI. Das ist quasi das Topmodell aus dieser Wechselrichterserie. Der SSI hat zusätzlich zu den ganzen vorhergenannten Funktionen auch noch den Solarladeregler integriert. Das heißt, damit kann man theoretisch dann wirklich alles komplett in diesem einen Gerät drin haben. Also alles bedeutet in dem Fall Landstromanschluss mit Netzvorrangschaltung, Wechselrichter von 12 Volt auf 230 Volt, Batterieladegerät, so, und den Solarladeregler. Also dann hat man wirklich vieles in dem einen Gerät untergebracht. Das Einzige, was dann noch dazu kommen könnte, ist noch das Thema Ladebooster, das man beim Fahren auch laden kann. Aber alles andere steckt dann wirklich hier komplett in diesem einen Gerät. Das ist wirklich cool. Da müsst ihr nur schauen, ob das mit der Solarleistung hinhaut, also sowohl mit der Spannung von den Solarmodulen, als auch mit dem Strom. Aber, wenn man jetzt nicht irgendwie tausende Watt auf dem Dach hat, ich weiß nicht genau leider, wie viel Leistung oder welche Daten die Solarmodule da nicht überschreiten dürfen, aber wenn es klappt, dann ist es auf jeden Fall cool, weil man halt einfach dann alles in einem Gerät hat. Alle Wechselrichter von Active haben übrigens eine reine Sinuswelle. Das ist auch noch relativ wichtig, wobei im ersten Van hatten wir so einen kleinen Wechselrichter, den man eben an eine 12 Volt Steckdose anschließt. Der hatte keine reine Sinuswelle, Also was bedeutet das eigentlich eine Sinuswelle? Im Prinzip, wie gesagt, wir haben Wechselstrom. Das heißt, der Strom fließt eben nicht in eine Richtung, sondern immer abwechselnd. Und dabei entsteht eben so eine Sinuswelle. Das ist halt die Form von Stromfluss im Prinzip. Und die reine Sinuswelle bedeutet halt, das ist wie im Haus. Und es gibt auch eine modifizierte Sinuswelle. Und die ist halt teilweise nicht ganz so perfekt, sozusagen. Und manche Geräte haben halt Probleme damit. Aber wir hatten, wie gesagt, im ersten Van so einen Wechselrichter mit modifizierter Sinuswelle und haben eigentlich in der Praxis nie Probleme gehabt. Also wir hatten kein Gerät, das da irgendwie Probleme mit gehabt hätte. Ich weiß es leider auch aus dem Steckreif gar nicht, welche Geräte da problematisch sein könnten. Aber besser ist es auf jeden Fall einfach mit der reinen Sinuswelle. Deswegen achtet da einfach drauf. Und alle Active-Geräte haben eben die reine Sinuswelle. So, ich habe jetzt wie gesagt hier den CSI 15. Das heißt, ein Wechselrichter, der mir die 12 Volt in 230 Volt umwandelt. Gleichzeitig ist hier das Batterieladegerät integriert, dass ich eben über meinen Landstrom auch meine Batterie laden kann. Ich habe hier auch die Netzvorrangschaltung, dass ich eben sagen kann, wenn ich am Landstrom angesteckt bin, dann soll der Strom direkt eben durch das Gerät an die Verbraucher weitergegeben werden, ohne dass der Umweg über die Batterie quasi gegangen wird. Genau, meine Solarladeregler sind eben separat. Warum ich da nicht auch den SSI gewählt habe, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mir das Paket von Active so zusammenstellen lassen. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich habe halt 570 Watt auf dem Dach. Und ja, ich glaube, wenn ich die in Reihe alle geschaltet hätte, wäre auf jeden Fall die Spannung, also definitiv, wäre die Spannung zu hoch gewesen. Also wahrscheinlich hätte ich es machen können, dass ich eins oder zwei von den Modulen mit dem SSI angeschlossen hätte. Und dann hätte ich halt trotzdem noch einen zweiten Solarladeregler separat gebraucht. Aber auf jeden Fall, ich habe es jetzt eben anders gelöst. Und theoretisch habt ihr halt die Auktion, dass ihr diesen SSI nutzt und dann habt ihr alles in einem Gerät. So, und jetzt schauen wir uns doch dieses Teil hier mal noch an, was wir hier für Anschlüsse haben. Fangen wir mal auf der Seite an, wenn wir die schon gerade sehen. Hier haben wir eben einmal diesen Stecker. Da kommt dieses Kabel hier rein. Also es ist kein Stecker, es ist eine Steckdose eher. Aber Steckdose ist für jeden Fall, das sind Steckdosen. Also auf jeden Fall so ein Steckanschluss, wo dieses Kabel hier rein kann. Das wird auch mitgeliefert. Und ihr seht schon, hier am anderen Ende haben wir einen ganz normalen Schuko-Stecker. Also ein ganz normaler Stecker, der in eine Steckdose kommt. Das heißt, das ist letztendlich der Anschluss, wo wir unseren Landstrom anschließen. Ich hätte also jetzt die Option, dass ich bei dem Kabel, das ich mir hier durchgelegt habe, vom Landstromanschluss aus in diese Sitzbank, da könnte ich jetzt einfach eine Steckdose anschließen. Und dann könnte ich das Kabel da anschließen, eine Steckdose. Ich werde es aber anders lösen. Ich werde dieses Kabel hier einfach abschneiden. Und werde dann das andere Kabel auch abschneiden. Das ist ja, wie gesagt, das ist aktuell noch zu lang. Also schneide ich die einfach beide ab und verbinde dann die Kabel wieder über Vago-Klemmen. Das kommt im Prinzip auch selber raus, wie wenn ich jetzt diesen Stecker in eine Steckdose stecken würde. Nur, dass es bei mir dann halt mit Vago-Klemmen quasi dauerhaft verbunden ist. Dafür braucht man dann eine Abzweigdose. Das ist so ein kleiner Verteilerkasten im Prinzip. Seht ihr aber dann auch gleich noch. Also das auf jeden Fall zum Anschluss an den Landstrom. Daneben seht ihr jetzt hier zwei normale Steckdosen. Das sind sozusagen die Ausgang-Ports. Also hier kommt letztendlich mein 230 Volt Strom für meine Verbraucher raus. Dann haben wir hier noch einen kleinen Remote-Anschluss. Da kann man eine kleine Fernbedienung anschließen. An der Fernbedienung sehen wir dann einfach die wichtigsten Daten. Und da ist auch nochmal dieser Schalter hier mit dran. Der Schalter hat drei Stellungen. OFF, UPS und ECO. ECO bedeutet im Prinzip Batterie-Vorrang-Schaltung. Das heißt, dann wird selbst wenn man an Landstrom angeschlossen ist, immer noch der Strom aus der Batterie genutzt. Das macht eigentlich sehr selten Sinn. Außer man hat jetzt extrem viel Solar auf dem Dach und es ist Hochsommer und man braucht den Landstrom nicht. Aber dann ist man eigentlich auch nicht am Landstrom angeschlossen. Ja und dann halt UPS. Das ist quasi der Modus, wo immer der Landstrom bevorzugt wird, wenn man Landstrom hat. Und genau, nur wenn halt dann der Stecker abgesteckt wird vom Landstrom, dann schaltet es eben wieder auf Batterie um. Und diese Umschaltung funktioniert innerhalb von wenigen Millisekunden, ich glaube 16 oder so. Also wirklich ganz schnell. Und jetzt haben wir hier noch einen USB-Port. Da weiß ich jetzt gar nicht, ob der einfach nur zum Laden gedacht ist. Also das geht auf jeden Fall. Hier steht 5 Volt, 2,1 Ampere. Das heißt, man kann hier definitiv einfach ein Handy anschließen oder so. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man da einen PC anschließen kann oder so, um irgendwelche Komponenten noch zu verändern. Keine Ahnung. Nee, also ich weiß es wirklich nicht, wofür der USB-Port sonst noch ist. Wahrscheinlich ist er einfach für ein Handy gedacht. Ja, ansonsten haben wir hier nur noch ein paar LEDs, die halt den aktuellen Status anzeigen. Und hier ist noch eine Schraube, wo man auch den Wechselrichter erden kann, beziehungsweise ihn mit der Karosserie verbinden kann. Dann drehen wir das gute Stück mal um. Und auf der anderen Seite sind sowieso nur vier Anschlüsse. Und zwar sind das quasi die Anschlüsse, wo wir von den Kabeln aus an die Batterie gehen. Und da seht ihr schon, das sind vier und nicht zwei, obwohl wir da ja eigentlich immer Plus und Minus haben. Hier ist es ganz einfach so, dass wir sowohl Plus als auch Minus in doppelter Ausführung haben. Das Ganze ist hier einfach mit, ja, Kabelschuhen. Und dann mit solchen, ja, Muttern sind das ja im Prinzip auch. Hier ist halt ein Gewinder, da kommt einfach der Kabelschuh drauf. Und dann dreht man hier per Hand diese Mutter drauf. Da halt auch wieder schauen, dass es schön fest ist, dass man einen guten Kontakt hat. Aber einfach handfest halt richtig gut anziehen. Da braucht man definitiv kein Werkzeug, weil sonst wäre hier ja auch irgendwas mit Werkzeug. Das ist einfach nur so gedacht, dass man so halt anzieht. Genau, mit diesen Kabeln in doppelter Ausführung, wie gesagt, Plus und Minus, geht es dann eben an die Batteriepole. Oder an die zentrale Plus- und zentrale Minus-Schiene, wenn man sowas denn hat. In meinem Fall geht es einfach an die Batteriepole. Diese doppelte Ausführung hat den einfachen Grund, dass die Kabel dann nicht ganz so dick sein müssen. Ich habe hier 16 Quadratmillimeter Kabel. Wenn man da nur jeweils einen Anschluss hätte, dann bräuchte man noch deutlich dickere Kabel, weil das ist jetzt ein 1500 Watt Wechselrichter. 1500 Watt bedeutet über 100 Ampere auf jeden Fall. Das ist schon ein richtig ordentlicher Strom, der aus der Batterie hier in den Wechselrichter gezogen wird. Und deswegen, wie gesagt, diese doppelte Ausführung, dass man da einfach dünnere Kabel verwenden kann. Die Kabel, die ich hier habe, habe ich auch direkt von Active. Sind auch im Amazon-Shop drin. Die sind eben vorkonvektioniert, da ist halt der Kabelschuh schon drauf mit diesem Schrumpfschlauch. Also halt einfach professionell die Kabelschuhe im Prinzip drauf montiert. Und das macht bei solchen Kabeln schon Sinn, würde ich sagen. Weil erstmal so eine Zange ist relativ teuer, so eine Crim-Zange in der Größe. Die, wenn man da Profi-Werkzeug will, dann zahlt man da deutlich über 100 Euro. Ich habe mir eine günstige gekauft, die habe ich jetzt gerade nicht hier. Hatte ich auch in meinem Elektrik-Video, glaube ich, schon gezeigt. Oder bei Solar habe ich sie gezeigt im Video, als ich hier meine Solarmodule angeschlossen habe. Die passt soweit auch. Aber wenn man die Kabel natürlich so kauft, dann ist man da einfach safe, dass die Kabelschuhe wirklich richtig auf dem Kabel drauf sind. Und das ist bei solchen Strömern wirklich extrem wichtig. Wenn da der Kabelschuh nicht richtig sitzt, dann brennt euch der Van ab. Deswegen, ja, entweder ihr habt eine vernünftige Zange, mit der ihr das machen könnt. Wie gesagt, ich habe jetzt eine günstige, mit der bin ich soweit auch ganz zufrieden. Aber in dem Fall habe ich hier einfach schon die fertigen Kabel gekauft, wo die Kabelschuhe drauf sind. Und aus diesem Grund werde ich auch zwischen Batterie und Wechselrichter keine Sicherung mehr verbauen. Eigentlich wäre es besser, das zu machen, weil theoretisch ist ja dieses Kabelstück hier dann unabgesichert, wenn ich keine Sicherung dazwischen habe. Deswegen, eigentlich soll man ja alle Leitungen immer mit Sicherung schützen. Aber ich habe bei Active nachgefragt, die haben gemeint, ich brauche es eigentlich nicht unbedingt. Ja, aber trotzdem, wenn ich jetzt quasi hier auf dem Weg, also zwischen Batterie und Wechselrichter, das Kabel irgendwie beschädigen würde, und das dann auch noch in Kontakt kommt mit dem Minus-Kabel, das auch irgendwo beschädigt ist oder an die Karosserie kommt oder so, dann wird es einen Kurzschluss geben und dann wird es brennen. Deswegen, besser ist es immer mit Sicherung. Aber ich habe jetzt da eh nur ein kurzes Stück. Ich werde schauen, dass die Kabel vernünftig geschützt sind und dass die sich nirgendwo aufreiben können oder so. Genau, und dann halt auch, dass die Kontakte hier an den Anschlüssen halt richtig fest sind. Und dann kann man das auch ohne Sicherung machen. Besser ist es aber mit Sicherung. So, jetzt muss ich mal gucken, wie lang ich schon wieder labere, weil ich neige dazu, viel zu reden. Und nach 30 Minuten stoppt meine Kamera immer die Aufnahme. Und das ist relativ uncool. Erst 22 Minuten, ja easy. Okay, was gibt es noch zu sagen? Ich nehme das Teil noch mal kurz in die Hand. Hier auf jeden Fall sind einfach Lüfter. Wie gesagt, das hat eine ziemlich hohe Leistung. Das heißt, da entsteht auch Wärme. Deswegen braucht es natürlich einen Lüfter. Da ist es wichtig, dass die Lüfter dann später nicht verdeckt werden. Schaut auch, dass hier nicht direkt eine Wand ist, sondern dass ihr da ein bisschen Abstand habt. In meinem Fall, ich werde den Wechselrichter jetzt auch nicht flach auf den Boden stellen. Also optimal wäre es eigentlich immer, wenn man ihn dann hochkant montiert, weil warme Luft steigt ja auch nach oben. Dann könnte die Wärme halt optimal hier aus dem Wechselrichter rausgehen. Aber ich werde ihn halt flach liegen sozusagen verbauen. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich mache zumindest unten drunter noch mal so und so zwei Holzlatten, dass der Wechselrichter zumindest von unten auch noch mal unterlüftet wird, dass da schön die Luft außenrum zirkulieren kann und der halt möglichst gut sich an sich schon mal kühlt. Ja, sonst muss man natürlich auch gucken, dass es hier mit den Anschlüssen passt, gerade auf der Seite. Hier kommen ja die Kabel letztendlich rein. Das heißt, man kann hier auch nicht direkt eine Wand dran bauen, sonst hat man hier so eine krasse Biegung. Aber da muss jetzt auch nicht mega viel Platz sein, dass das funktioniert. So sehen diese Abzweigdosen aus. Das ist jetzt eine relativ kleine, aber für zwei Kabel sollte das schon reichen. Die haben dann einen Deckel drauf, der ist sogar relativ fest da drauf. Das Ganze ist halt Spritzwasser geschützt, dass da auch theoretisch kein Wasser hinkommt. Aber hier in dem Fach wird sowieso kein Wasser hinkommen. Ja, und dann ist da drin halt einfach so ein Leerraum im Prinzip. Und seitlich sind hier überall auf allen Seiten drei solche Stellen, die man durchstechen kann, wo man dann die Kabel durchschieben kann. Und dann kann man die eben hier drinnen, also ich werde halt zwei Kabel, wie gesagt, hier reinschieben. Einmal das, das vom Wechselrichter aus kommt, also eben der Anschluss am Wechselrichter für den Landstrom. Das schneide ich, wie gesagt, hier durch. Da drinnen sind dann auch drei einzelne Leitungen. Und diese drei Leitungen verbinde ich eben dann, wie gesagt, mit diesen drei Leitungen, einfach mit drei Vagoklemmen. Und beim PE gehe ich eben dann zusätzlich noch mit diesem Kabel hier. Das ist jetzt, wie gesagt, vier Millimeter. Mit dem gehe ich noch an die Karosserie, weil man das eben so machen soll. Das ist auch Vorschrift mit vier Millimeter. Und deswegen werde ich das machen. Da muss ich jetzt nur gucken. Das wird noch ein bisschen schwierig, weil ich wieder mal im Vorhinein nicht genug mitgedacht habe. Und ich habe diesen Massepunkt an der Karosserie noch nicht vorgesehen. Und jetzt habe ich gerade geguckt, da hinten, wenn ich quasi hier so schräg, also hier ist ja diese Verkleidungsplatte an der Wand, aber wenn ich da so schräg hinten durchgehe, da sehe ich noch ein bisschen Karosserie. Und, also da ist halt Dämmung drauf, aber da kann ich auf jeden Fall die Dämmung nochmal runterkratzen, ein Loch reinbohren. Und dann werde ich da eine Schraube von unten durchstecken und dann kann ich die von hier oben, also von vorne, mit einer Mutter sichern. Und dann kann ich da eben auch meine Kabel mit Kabelschuhen dran befestigen. Diesen Massepunkt benutze ich dann sowohl jetzt eben für meinen 230 Volt, um da den Schutzleiter mit der Karosserie zu verbinden. Das hat einfach den Sinn, dass sich an der Karosserie keine Spannung bilden kann, sage ich mal. Also so kann es einfach nie passieren, dass Spannung an der Karosserie anliegt. Da wird er dann immer die Sicherung auslösen. Und im 12 Volt Bereich werde ich auch noch meinen Minuspol der Batterie mit der Karosserie verbinden. Aus dem einfachen Grund, dass da später noch ein Ladebooster kommt. Und der Ladebooster verbindet quasi die Starterbatterie mit der Versorgungsbatterie. Und die Starterbatterie ist auch schon mit dem Minuspol mit der Karosserie verbunden. Und so kann ich mir dann eben sparen, dass ich jetzt das lange Minuskabel von hier vorbei an den ganzen Möbeln zur Starterbatterie lege. Und habe dann eben einfach über die Karosserie quasi diese Verbindung der beiden Minuspole. Was an der ganzen Sache jetzt ziemlich blöd ist, ist, dass ich noch nicht weiß, wie ich da hinten an die Karosserie kommen soll. Vielleicht muss ich das jetzt doch auch nochmal überdenken und meine Verbindung doch irgendwo hinter der Trennwand an der Wand machen. Weil ich weiß, dass ungefähr auf der Höhe hier nochmal so ein Querträger ist. Habt ihr ja vorher mitbekommen, wo ich meinen Landstromstecker eingebaut habe. Da ist nochmal ein Querträger. Das heißt, den kann ich auch nutzen als Verbindung mit der Karosserie. Weil, um hier jetzt hinter der Sitzbank sozusagen an die Karosserie nochmal zu kommen, müsste ich die Sitzbank auf jeden Fall nochmal beiseite schieben. Die Sitzbank an sich ist auch noch nicht angeschraubt. Aber ich habe eben hier zum Beispiel schon den 12 Volt Sicherungskasten angeschraubt und das mit der Batterie verbunden. Die Batterie wiederum ist dann am Klo zum Beispiel hier auch. Da ist eine Sicherung am Klo angeschraubt. Also es ist einfach alles schon so ein bisschen eingebaut und deswegen glaube ich, dass es nicht so spaßig ist, da jetzt nochmal an die Karosserie zu kommen. Gut, dass ich mir wieder selbst widerspreche. Gerade vor einer Minute sage ich noch, ich mache es da. Jetzt merke ich, es ist doch dumm, weil ich da nicht hinkomme. Aber ja, so ist es eben immer. Das heißt, ich schaue dann doch, dass ich hinter der Trennwand, da ist es mir ja eigentlich egal. Also ich mache es schon so, dass ich jetzt hier in dieser Abzweigbuchse mein 4mm² Erdungskabel mit an den PE hänge, also an den Schutzleiter. Und dann gehe ich mit dem Kabel halt nochmal zurück durch die Wand und da an die Karosserie. Im Endeffekt ist es ja egal, wo ich an die Karosserie gehe. Da muss ich halt dann auch wieder gucken. Ich muss halt dann wieder auf gut Glück. Gut, jetzt weiß ich die Position von dem Träger relativ genau. Aber dann muss ich trotzdem da erstmal nochmal ein Loch in die Holzplatte, also in die Verkleidungswand hier rein bohren. Ich habe keine Ahnung gerade, wie ich es mache. Vielleicht mache ich es mit einer Niedmutter. Dürfte eigentlich ja auch gehen, dass ich da eine Niedmutter einsetze, weil da muss ich nur ein Loch bohren. Ich kann die Niedmutter einsetzen und dann eben da eine Schraube rein. Und ja, ich weiß es nicht. Das ist alles nicht so optimal irgendwie. Ne, mit einer Niedmutter geht es wahrscheinlich nicht. Weil man braucht halt einen richtigen Kontakt zum Blech und da muss man auch den Lack vom Blech runter machen quasi. Aber das mit der Flex, das so ein bisschen anschleifen, dass da wirklich der blanke Lack zum Vorschein kommt. So dass man da eben eine vernünftige Verbindung hat und dass da richtig der Strom fließen kann im Prinzip. Ja, ich glaube auf das Thema habe ich jetzt gerade erstmal noch keinen Bock. Ich glaube, jetzt mache ich jetzt mit dem Rest hier und dann, wie gesagt, schließe ich in der Abzeigbuchse das 4mm Kabel schon mit an. Lasse das erstmal noch so lang, wie es jetzt ist. Dann kann ich immer noch flexibel schauen, wo ich es dann hinbefördere. Ah, ich habe eine gute Idee. Wie dieses Polster unter mir hier quietscht. Also es ist kein Polster, das war in irgendeiner Verpackung drin. Das nehme ich jetzt immer als Sitzpolster. Aber die gute Idee, ich gehe mit dem Kabel doch nicht hier in die Karosserie, sondern ich gehe ganz nach hinten. Ja, genau. Perfekt. Ganz nach hinten gehe ich. Quasi bevor die Tür beginnt, ist da nochmal so eine Schräge an der Wand und da habe ich noch komplett ungedämmtes und unverkleidetes Blech. Ja, das ist definitiv die leichteste Lösung. So mache ich es. Dann gehe ich also da an die Karosserie. Und dann eine Sache, die ich jetzt mir noch nicht ganz sicher bin. An dem Wechselrichter habe ich ja auch einen Anschluss für die Erdung. Da weiß ich noch nicht ganz genau, ob ich die auch mit der Karosserie verbinde. Das muss ich mich nochmal informieren. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich nehme ja eure Tipps auch gerne an. Also ich weiß, dass man es nicht machen muss. Man kann es eben machen, man muss es aber nicht machen. Und ich weiß nicht, was das jetzt im Fall von dem Wechselrichter für ein Vor- oder Nachteil hat, wenn ich es mache oder wenn ich es nicht mache. Deswegen, da muss ich nochmal nachlesen oder nachfragen und das werde ich jetzt in dem Video nicht mehr behandeln. Deswegen schreibt mir das gerne sonst auch in die Kommentare, wenn ihr da schon top informiert seid. Und dann kann ich vielleicht auch mal wieder was von euch lernen. Genau, aber jetzt schaue ich erstmal, dass ich hier meine Abzweigbuchse dran mache und dieses Kabel vom Wechselrichter mit diesem Kabel vom Landstromanschluss im Endeffekt verbinde. Und dann kann ich auch die ticken Kabel vom Wechselrichter, die ich euch gerade gezeigt habe, die 16 Quadratkabel, an die Batterie anschließen. Und dann läuft der Wechselrichter theoretisch. Das können wir auch gleich dann testen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Also, ich war nicht 100% erfolgreich, aber zumindest hier diese Verteilerdose ist jetzt angeschlossen. Damit habe ich auch den Landstrom mit dem Wechselrichter verbunden. Ihr habt es gesehen, ich habe jetzt wie gesagt vorher, wie versprochen wollte ich schon sagen, wie gesagt, hier noch das 4 Quadratmillimeter Erdungskabel mit an die Vago-Klemme dran gehängt, wo ich die zwei anderen PE-Leitungen zusammengeführt habe. Also die zwei anderen Erdungskabel im Prinzip. Und mit dem gehe ich, wie gesagt, dann eben noch an die Karosserie. Das mache ich jetzt noch nicht. Ja, und jetzt wollte ich gerade, wie ich vorher auch gesagt habe, die 12 Volt Kabel, also die dicken hier im Prinzip, an die Batterie anschließen. Aber leider habe ich festgestellt, ihr seht es hier, an dem Minuspol habe ich jetzt aktuell schon zwei Kabel dran. Einmal von Solar und einmal von dem Sicherungshalter, von einem 12 Volt Sicherungshalter. Und jetzt habe ich von dem Wechselrichter nochmal zwei Minuskabel, die hier mit dran müssten. Und dann kommt auch noch ein zweites Solar-Minuskabel hier dran. Das heißt, das wird hier am Minuspol auf jeden Fall zu eng. Am Pluspol sieht es genauso aus. Und deswegen werde ich mir erst noch Verteilerschienen kaufen müssen. Also es gibt so Sammelschienen, habe ich vorher auch kurz angesprochen. Das sind einfach so längliche Schienen, wo man dann 5, 6 oder 4, ich glaube meistens sind es 4, 4 so Anschlussmöglichkeiten hat. Eben auch solche Schrauben, das ist einfach so eine dicke Metallschiene. Und dann kann man da eben mehrere Sachen anschließen. Und dann von da, das kann ich mir zum Beispiel hier hinschrauben. Und dann kann ich von da vom Radkasten aus mit einem Kabel nur noch an den Batteriepol gehen. Oder vielleicht mit zwei. Aber wie auch immer auf jeden Fall geht es dann, dass ich eben meine ganzen Verbraucher da anschließe. Ja, deswegen kann ich jetzt leider den Wechselrichter noch nicht ganz final anschließen. Ich habe den sogar schon mal an der Batterie dran gehabt und es hat auch funktioniert. Das kann ich euch schon mal verraten. Ich habe nämlich mit dem Wechselrichter, der ja auch ein Ladegerät ist, meine Batterie schon zweimal nachgeladen im Haus. Da hatte ich also dann dieses Kabel, das ich hier jetzt abgeschnitten habe, also den Stecker habe ich abgeschnitten, der liegt hier rum. Den habe ich eben damals einfach im Haus in eine Steckdose gesteckt, das Ganze am Wechselrichter angeschlossen. Und dann halt diese 12 Volt Kabel, also die dicken, an den Batteriepolen angeschlossen. Und so konnte ich die Batterie schon nachladen. Das hat funktioniert. Das wird also jetzt auch mit dem Landstrom funktionieren, weil es jetzt im Prinzip dasselbe ist. Genau, und theoretisch könnte man den Wechselrichter dann auch nutzen und da eben seine 230 Volt Verbraucher anschließen. Kann ich jetzt leider noch nicht machen. Ich kann es also auch in dem Video jetzt noch nicht zeigen, weil die Teile muss ich erst wieder bestellen und das Video soll jetzt mal online gehen und nicht wieder erst in der Woche. Deswegen tut mir leid, dass ich das jetzt nicht zeigen konnte. Aber ja, wie gesagt, das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk mehr. Die Kabel hatte ich ja schon gezeigt. Kabelschuhe sind schon drauf. Die müssen einfach nur mit den Batteriepolen verbunden werden. Und dann funktioniert das Ganze. Ja, und dann gibt es wie gesagt noch diese Fernbedienung. Die habe ich ja vorher auch schon erwähnt. Da könnt ihr einfach im Prinzip die Schalter, die ihr sowieso am Wechselrichter habt, an einen anderen Ort verlegen. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich das hinmache. Vielleicht unter den Tisch oder so. Hier kommt ja der Tisch in diesen Schlitz rein. Vielleicht mache ich da unter den Tisch die Control Panels. Aber vielleicht baue ich auch irgendwo Versteck da ein, weil ich finde es nicht so schön, wenn man die sich sichtbar irgendwo verbaut. Ja, und dann hat man eben hier, hatte ich ja vorher auch gezeigt, am Wechselrichter die zwei 230 Volt Steckdosen. Da kann man jetzt theoretisch direkt einfach seine 230 Volt Verbraucher anschließen. Dann halt mit einem Verlängerungskabel zum Beispiel. Dann kommt man ja auch überall hin. Wenn man jetzt zum Beispiel nur so etwas wie einen Föhn hat oder so, dann kann man das so machen. Wenn man jetzt andere Verbraucher hat, ich habe zum Beispiel einen 230 Volt Kühlschrank, der hier in die Küche reinkommt, der soll ja dauerhaft an den Strom angeschlossen sein. Also den würde ich jetzt nicht hier nur flexibel anschließen. Ja, dann könnte man es jetzt trotzdem auch so machen, dass man zum Beispiel einfach Verlängerungskabel hier anschließt, das Ganze irgendwo hinter den Möbeln vorbeilegt und dann den Kühlschrank da anschließt. Vielleicht mache ich es sogar auch so. Oder aber man macht so, wie ich das gerade hier auch gemacht habe, dass man da auch wieder Kabel nutzt. Zum Beispiel jetzt dieses Kabel hier, das dann einfach irgendwo abschneidet, die Adern abisoliert und dann kann man das auch wieder in solchen Abzweigbuchsen verbinden, sodass man so letztendlich dann die Verbraucher mit Strom versorgt und dann halt gegebenenfalls mit einem Schalter. Je nachdem, so etwas wie den Kühlschrank könnte ich jetzt natürlich auch mit Dauerstrom einfach versorgen. Aber ein Schalter macht wahrscheinlich schon trotzdem auch Sinn. Genau, das muss ich mir auch noch überlegen, wie ich das jetzt genau mache, aber das ist dann eh relativ individuell. Wie gesagt, wenn ihr einfach nur so etwas wie einen Föhn irgendwann mal anschließen wollt oder ein Laptop-Ladekabel oder so, dann könnt ihr das einfach an den 230-Volt-Steckdosen anschließen. Dann müsst ihr nichts weiter machen. Das ist dann eigentlich die leichteste Methode. Dann müsst ihr natürlich gucken, dass das dann irgendwie geht. Also das hier, hier ist es jetzt relativ schlecht, aber es ist halt auch jetzt nicht so gedacht, weil dann müsstet ihr jetzt, gut, man könnte natürlich hier auch theoretisch nochmal in die Verkleidungswand von der Sitzbank vorne irgendwie eine Klappe reinmachen, dass man da einfach die Kabel durchführen kann oder so. Also geht auf jeden Fall auch. Aktuell habe ich den Wechselrichter jetzt auch noch komplett am Boden stehend. Ich habe ja vorher gesagt, dass ich den eigentlich ein bisschen höher lege, dass der noch besser unterlüftet wird. Ich weiß nicht, ob das nötig ist. Wahrscheinlich eigentlich nicht. Aber schaden wird es auch nicht. Und das mache ich auf jeden Fall noch. Genau, ich wollte es jetzt nur schon mal verkabelt haben, dass ich eben das Video hier so einigermaßen fertigstellen kann. Beim Thema Schalter im 230-Volt-Bereich bin ich mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wie das Ganze läuft. Also auch da wieder, wir haben ja bestimmt den ein oder anderen Experten, auch als Zuschauer. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wie man das im Van machen darf vor allem. Ich habe schon geguckt, meine kleinen Kippschalter, die ich auch für den 12-Volt-Bereich benutzt habe. Das sind so ganz einfache Kippschalter. Zwei Steckanschlüsse hinten, wo man dann die Kabel mit Kabelschuh draufsteckt. Die sind theoretisch geeignet für bis zu 400 Volt und was weiß ich wie viel Ampere. Auf jeden Fall reicht es theoretisch locker von den Daten her, die angegeben sind. Jetzt weiß ich nur nicht, ob das erlaubt ist, dass man so einen Kippschalter einfach zum Beispiel auch hinter, angenommen, ich will jetzt hier so eine Verkleidungsplatte haben, will da so einen Schalter einsetzen. Dann weiß ich nicht, ob man das einfach so machen darf. Ich glaube, es ist halt immer, also das weiß ich, es ist immer sehr wichtig, dass man halt einen Berührungsschutz hat, dass man da nicht hinfassen kann an die Anschlüsse, weil dann ist es halt gefährlich. Aber, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Verkleidungswand habe, die ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil man theoretisch von hinten ja drankommt. Aber wenn es jetzt eine seitliche Wandverkleidung ist, da ist es ja so, dass man wirklich niemals da hinkommt. Dafür müsste man ja die Platte erst mal wegschrauben. Deswegen, ich denke, das sollte dann auch kein Problem sein. Aber wie gesagt, wenn wir hier Leute haben, die sich da auskennen, die wissen, was man da darf oder nicht darf oder ob man da irgendwie spezielle Schalter benötigt im 230 Volt Bereich, dann schreibt mir das sehr gerne auch nochmal in die Kommentare. Das steht bei mir in den nächsten Wochen dann auf jeden Fall auch noch aus. Ja, und ansonsten war es das jetzt mit dem Thema Landstrom und Wechselrichter und Ladegerät und 230 Volt. Ich werde natürlich dann auch noch zeigen, wie ich das Ganze letztendlich mache in meinen weiteren Ausbau-Videos einfach. Wie gesagt, da kommen jetzt einige Videos noch, wo ich einfach so die ganzen kleinen Schritte zeige, was noch so alles gemacht werden muss. Sowas wie jetzt allein schon die Hängeschränke zu streichen, die Griffe dran machen, die Küche finalisieren, die Dusche wasserfest machen, wobei das wird wahrscheinlich sogar ein eigenes Video, weil es halt sehr interessant ist, denke ich. Ja, aber ansonsten mache ich jetzt noch ein paar so Videos, wo ich einfach auch diese ganzen Kleinigkeiten nochmal zusammenfasse, jeweils in 1, 2, 3 Videos. Mal gucken. Genau, weil die großen Themen sind eigentlich alle durch. Hier kommt noch der Tisch rein, aber das ist auch, da mache ich kein eigenes Video darüber, wie der Tisch hier reinkommt, weil das wird dann ein 5 Minuten Video und das passt nicht zu mir. Ich muss natürlich meinen langen Videos treu bleiben. Ja, aber ansonsten hoffe ich natürlich wie immer, dass das Video für euch hilfreich war. Wenn das so war, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir mal eure Meinung ins Feedback, wollte ich sagen. Alter, ich kann nicht mehr reden. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und euer Feedback und ich freue mich drauf und dann sehen wir uns auf jeden Fall in einem der nächsten Videos wieder. Gehirn hat sich verabschiedet. Also, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Oh Mann, Eddie, ich sag's dir, jetzt war ich gerade im Überlegen, ob ich die komplette letzte Aufnahme einfach nochmal mache, weil ich ausgeschaut habe wie ein harter Lauch, weil meine Ärmel so hochgerutscht sind. Aber, ich glaube, es interessiert meine Zuschauer nicht, ob meine Ärmchen sehr dunsen aussehen. Es interessiert mich nicht. bis passiere gehts Mathe. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. ce